Sicher. Ich weiß, dass man die 6. Division hier seit Tagen festhält. Natürlicher Problem. Sie werden zugeben, dass man keinem dafür die Schuld geben kann. Ja, genau, das wollte ich ja sagen. Die Schuld daran trage nur ich selbst. Meine Empfehlung an Dickenherrmann. Klink, das ist der Marschall persönlich. Das wisst du doch, deshalb sollten Sie immer einen Gruß ausrichten. Jawohl. Ja, da haben Sie absolut recht. Das ist mein Bier und ich werde mich persönlich sofort darum kümmern. Sicher, schon so gut wie erledigt. Es war nett, mal mit Ihnen zu reden. Und grüßen Sie Frau Göring. Fettes Schwein. Meinten Sie Hermann? Ja, ich meinte Göring und der hat mir Folgendes befohlen. Alle entflohenen Gefangenen haben bis morgen früh wieder im Lager zu sein. Das klingt doch Ei an der Schinne. Wie wollen Sie das tun? Ich weiß da auch keinen Weg, aber das ist Ihr Problem, nicht meins. Ach, nur habe ich den schwarzen Peter. Als Sie eben mit Göring sprachen, sagten Sie, es wäre Ihres. Das ist schon richtig. Aber glücklicherweise spreche ich jetzt nicht mit Marschall Göring, sondern ich spreche mit Oberst Klink. Einem Mann, der gerade ein verflucht beschissenes Problem hat. Entschuldigung, dass Sie so reinplatzen, aber es ist wirklich wichtig, Tartiger. Ich weiß nicht, dass Sie so reinbringen, Tartiger. Ich weiß nicht, dass Sie so reinbringen, Tartiger.